Liebe Fans, also ich hoffe natürlich, dass wir uns sehen, gerade im Halbfinale hier in der Anlage von Ricklingen. Die Mannschaft braucht eure Unterstützung, das ist eindeutig, spielt sich sicherlich leichter, wenn das gesamte Stadion hinter dieser tollen A-Jugend, die wir hier bei Hannover 96 haben, wenn die dahinter steht und sie anfeuert. Deswegen möchte ich euch einfach bitten, kommt ins Stadion, seht wirklich attraktiven Jugendfußball. Ich kann euch nur eins sagen, vor zehn Tagen war, nochmal, Conti Cup, Wolfsburg gegen 96 in Basinghausen. Das war eine Werbung für den A-Jugend-Fußball. Beide Mannschaften haben toll gespielt. Ihr werdet begeistert sein, wenn ihr die Jungs sehen, was die alles drauf haben. Also reinkommen, anfeuern, Daumen drücken und zum Sieg schreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017